Die diesjährige Purge endet in 3, 2, 1. Danke für Ihre Teilnahme. Wir haben überlebt. Polizei und Notfalldienste sind wieder im Einsatz. Sämtliche Verbrechen einschließlich Mord sind jetzt verboten. Kommt schon an die Arbeit. Nur eine Nacht. Der Rest des Jahres ist friedlich. Hilfe! Hilfe! Die Putsche ist vorbei, bitte! Nein, ist sie nicht. Das ist Wahnsinn. Haben die die Sirenen nicht gehört? Es gibt keine Verbrechen mehr. Alles ist erlaubt. Ihr Reichen könnt euch nicht mehr hinter euren Stahlwänden verstecken. Machtlos. Wie fühlt sich das an? Das ist die wahre Purge. Wie Forever Purge. Beheilung! Sie kommen! Kommt schon! Mir nach! Es ist nirgendwo mehr sicher. Es gibt keine Hilfe. Oh mein Gott. Wir müssen einen anderen Weg finden, um hier rauszukommen. Das Land wird zusammenbrechen. Mexiko eröffnet seine Grenze für die nächsten sechs Stunden. Los geht's! Wir schaffen das gemeinsam. Verstehst du das? Also, ich gehe zu spät, um hier rauszukommen. Musik